Das ist der Ichin Wizard T-130 den ich schon mal getestet habe, zur Zeit sehr günstig. Er hat starke Motoren, einen modernen F4 Flugkontroller mit 32 Bit ESC und mit einer guten Foxeer Micro Arrow Pro Kamera. Die Komponenten sind sehr gut, ich habe lediglich die lineare Antenne gegen eine gute Foxeer Lollipop getauscht und die besseren Propeller Gemfan Flash 3052 genommen. Die Original Propeller sind ok und sehr robust aber fliegen tut der TS 130 besser mit dem Flash 3052. Klasse ist das der unter 250 Gramm wiegt, sogar mit dem dicken 850mAh Datu R Line 4S LiPo. Genau gut ist auch ein GNB Akku oder man kann länger mit einem 3S LiPo fliegen zwischen 850mAh und 1050mAh. Ja nur der Rahmen von TS 130 ist etwas dünn und mit dünnen Schrauben. Hier gibt es ein besseres und günstigeres Frame, das Uru AV Hummingbird 145. Bei dem Frame liegt die Kamera mehr vorne und so sind die Propeller fast weg aus dem FPV Kamerabild. Und dann sind die Arme 4mm dick, also ist der Rahmen super stabil und bruchsicher. Akku wird auch unten montiert und die Alu Abstandhalter sind dicker mit dickeren Schrauben. Leider sind im Lieferumfang zu kurze Schrauben für die Bodenplatte dabei. Und so muss man extra neue Schrauben dazu kaufen. Mit längeren Schrauben sitzt der Alustift richtig gut und fest. Für die Motoren findet man bei dem ICHIN WESAT TS 130 genug lange Schrauben die man bei dem 4mm Frame für die Motoren verwenden kann. Also falls ihr bei dem TS 130 einen neuen Rahmen braucht, dann holt euch den 4mm Uru AV Hummingbird und das auf die Musik